Hallo, mein Name ist Martin Drexler. Wir befinden uns hier an der grafischen, der ältesten Medienschule der Welt. Hier habe ich das Privileg, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen, jungen Menschen Kommunikation beibringen zu können. In meinem privaten Berufsleben bin ich ebenfalls in der Kommunikation tätig und unterstütze Firmen, vom Analogen ins Digitale zu kommen und vom Digitalen sich ein bisschen mehr zum Beispiel mit Artificial Intelligence zu beschäftigen. Jetzt wird sich der eine oder die andere denken, wenn der Drexler schon so behauptet, firm zu sein, wie er vorgibt, warum bedient er sich, der Kati Zimmermann, für ein Coaching? Was ist denn da dahinter? Ganz ehrlich, ich war mit mir, mit meinen letzten Arbeiten nicht so zufrieden. Ich habe mir gedacht, es geht noch ein bisschen besser. Ich lasse PS auf der Straße bzw. bei der Kommunikation liegen. Die Kati gefragt, wir haben ein bisschen geplaudert und vor allem in fünf einzigartigen Sitzungen, also mein Innerstes nach außen gekrempelt und meine positiven Skills geschärft und siehe da, gleich am nächsten Tag bei der ersten Präsentation, und das ist kein Scherz, habe ich schon die ersten Lorbeeren eingefahren. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und bin im Grunde genommen im Kommunikationsbereich fast wie neu geboren. Bis zum nächsten Tag.